Hi, ich grüße dich, herzlich willkommen zu einem neuen Lightroom-Tutorial von mir. Heute geht es um das Thema Lichter und Laternen in Lightroom anmachen. Viel Spaß dabei! Ja, ich habe jetzt hier mal ein Bild geöffnet von Berlin. Das ist schon ein bisschen länger her, als ich das gemacht habe. Ich glaube, das war 2013. Und ihr seht auch schon, was hier das Problem ist, nämlich diese Laterne, die ich hier in den Mittelpunkt des Bildes gesetzt habe, da fehlt eine Lampe, beziehungsweise da ist eine Lampe kaputt. Und die möchte ich im Nachhinein in Lightroom wieder anmachen. Und wie das funktioniert, will ich euch jetzt mal genauer zeigen. Ihr bekommt natürlich diese Datei auch wieder als RAW-Datei. Wenn ihr im Newsletter angemeldet seid, wenn das noch nicht passiert ist, dann könnt ihr das gerne unten über den Link mal tun. Dann bekommt ihr alle RAW-Dateien der zukünftigen Episoden. Ich arbeite auch noch daran, dass ich die RAW-Dateien der letzten Episoden euch zugänglich machen kann. Das funktioniert leider noch nicht, aber in wenigen Tagen oder Wochen wird es dann soweit sein. Okay, gucken wir uns dieses Bild mal genauer an. Als erstes möchte ich hier mal den Weißabgleich etwas einstellen, dann ist es doch etwas zu orange geraten. Und deswegen werde ich hier mal den Weißabgleich ein wenig weiter runtersetzen. Ich zuweise ungefähr 3600 Kelvin, das sieht schon ganz gut aus. Ich werde außerdem noch so ein bisschen die Magenta-Töner hier rausnehmen, denn die sind auch ein bisschen sehr stark. Ich denke mal so, gehen wir mal auf plus 16, das ist ganz cool. So, dann werde ich auf jeden Fall meine Tiefen wieder aufhellen, so auf ungefähr plus 75 und meine Lichter abdunkeln auf ungefähr minus 75. So sieht das schon ganz gut aus. Mit gedrückter Alt-Taste werde ich dann die Weißwerte wieder etwas angleichen, ein bisschen nach oben regeln, bis hier ein paar Pixel zu sehen sind. Und genau das Gleiche mache ich mit den schwarzen Werten in die andere Richtung, bis auch hier wieder ein paar Pixel zu sehen sind. So haben wir jetzt den Kontrast wieder hergestellt in dem Bild, aber insgesamt mehr Details herausgeholt. Jetzt werde ich den Kontrast insgesamt noch ein bisschen erhöhen. Ich denke mal hier so auf ungefähr plus 20 sieht das Ganze ganz gut aus und ich werde ein ganz klein bisschen das Bild noch abdunkeln, denn ich denke, ein ganz bisschen ist es zu hell geworden. Die Klarheit werde ich noch ein bisschen runtersetzen, um diesem HDR-Look so ein bisschen entgegenzuwirken. Dadurch wird das ganze Bild ein bisschen softer. Es wird nicht unscharf dadurch, einfach nur an den harten Kanten etwas, ja, abgeschwächt, damit das Ganze, wie gesagt, nicht zu sehr HDR-mäßig aussieht. Ansonsten von der Dynamik und Sättigung lasse ich es. Ich werde vielleicht sogar die Sättigung einen ganz kleinen Tick rausnehmen, denn insgesamt ist es doch sehr gesättigt, das Bild. Naja, komm, machen wir die Dynamik auch noch ein bisschen raus. Ja, so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Okay, dann gehe ich jetzt hier mal weiter nach unten. Ich werde auf jeden Fall das Bild wieder schärfen. Wie immer werde ich hier einen Wert von 80 nehmen und mit gedrückter Alt-Taste außerdem das Ganze aus dem Himmel wieder so ein bisschen ausmaskieren. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal dabei seid, alles, was schwarz ist, wird nicht geschärft. Alles, was weiß ist, wird geschärft. Und ihr seht, dass ich hier vorrangig die Kanten schärfen möchte und nicht die einheitliche blaue Fläche von dem Himmel. Ich kann auch nochmal reinzoomen hier auf 100 Prozent, ob wir hier dolles Rauschen auf dem Foto haben. Es sieht allerdings nicht so aus. Von daher kann ich hier die Rauschreduzierung weglassen. Ich werde auf jeden Fall die Profilkorrektur noch aktivieren. Ihr seht auch schon, das ganze Bild wird noch etwas insert. Und außerdem an den Rändern etwas heller, weil die Vignettierung entfernt wird. Und chromatische Aberrationen werde ich entfernen und außerdem werde ich dann hier diese Upright-Funktion mal nutzen und mal gucken, was passiert, wenn ich hier auf Auto klicke. Dann sind nämlich diese vertikalen Linien hier rechts und links gerade und das soll auch so sein. Okay, ich denke mal, so eine kleine Vignette können wir am Ende doch wieder einfügen, um den Blick des Betrachters noch so ein bisschen zu lenken weiter in den Mittelpunkt. Er wird sowieso eingefangen von diesen extrem hellen Laternen hier oben. Aber so haben wir das Ganze noch ein bisschen doller gemacht. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema des heutigen Videos, denn das bisher war ja wirklich nur die Grundbearbeitung. Wie kriege ich jetzt diese Lampe hier wieder an? Und das ist eigentlich ein ganz einfacher Trick, wenn man ihn dann kennt. Wir haben ja hier oben diese Werkzeuge, um jetzt hier noch partiell Sachen im Bild zu verändern. Und hier gibt es ja diesen Radialfilter und den können wir uns hier zunutze machen, indem ich hier einfach mal so einen kleinen Radius, so einen kleinen Kreis hier mal aufziehe. Ungefähr so groß wie die Lampe. Ein bisschen größer kann er sein. Dann werde ich hier darauf achten, dass Maske umkehren aktiviert ist, denn ansonsten wird dieser ganze Effekt außerhalb dieses Kreises angewandt. Ich möchte ihn allerdings innerhalb des Kreises anwenden. Und dann kann ich jetzt hier meine Einstellung machen. Alles, was jetzt hier zu sehen ist, diese ganzen Regler sind jetzt dafür da, um diesen Kreis hier zu machen. Ich werde als erstes mal die Belichtung komplett nach oben setzen, denn ihr seht ja auch schon, dass die anderen Lichter hier extrem hell sind. Und deswegen denke ich mal, kann man hier durchaus auf plus 4 gehen. Außerdem werde ich jetzt die Lichter hier nicht runter setzen, sondern ja, jetzt sieht schon sehr ähnlich aus, aber ich denke mal, dass man die Lichter sogar auch auf 100 setzen kann. Ich muss mal gucken, wie das aussieht. Das ist jetzt genauso schön überstrahlt wie die anderen Lampen hier auch von dieser Laterne. Ich kann es vielleicht sogar noch ein Stück größer ziehen. So gefällt mir das schon ganz gut. Vielleicht werde ich die Lichter nicht auf 100 setzen, sondern so auf 50. Und außerdem sieht man jetzt auch, dass diese Lampen hier noch ein bisschen mehr Gelbton haben. Deswegen werde ich hier von der Temperatur auch noch ein bisschen Gelb dazu geben und auch noch ein bisschen Magenta, um das Ganze so ein bisschen zu mischen. Und jetzt kommen wir dem Ganzen doch schon sehr, sehr nah an die anderen Lampen hier. Ich werde jetzt das Ganze hier, kann man das durchaus auch nochmal deaktiven. Dann sieht man nochmal den Unterschied. So sah es aus, bevor wir diesen Filter angewendet haben. Und so sieht es jetzt mit dem Filter aus. Und wenn man es jetzt nicht weiß, dann könnte man wirklich denken, diese Lampe war halt an. Ich zoome jetzt hier auch nochmal näher ran. Wenn der Effekt jetzt nicht stark genug ist mit diesem Plus 4, dann kann man durchaus auch nochmal hingehen und diesen Filter einfach nochmal kopieren und genau an die gleiche Stelle nochmal drüber legen. Dazu klickt ihr hier einfach den Filter nochmal an. Rechtsklick da drauf. Duplizieren und dann seht ihr auch schon, wie dieser Filter jetzt gleich nochmal darüber gelegt wird. Jetzt ist er da, aber das ist natürlich jetzt in dem Fall viel zu stark. Aber wenn ihr so ein Bild habt, wo das nötig ist, dass ihr da noch einen zweiten Filter an genau der gleichen Stelle rüber legt, einfach mit einem Rechtsklick das Ganze nochmal duplizieren. Und dann könnt ihr natürlich, wenn dann der Effekt auch zu stark ist, hier bei dem zweiten Filter einfach die Helligkeit dann wieder ein bisschen rausnehmen. Ich brauche das hier allerdings nicht, deswegen lösche ich diesen einen Filter wieder, sodass ich wirklich nur den einen drüber zu liegen habe. Und ja, das ist der ganze Trick, wie man Straßenlaternen oder kaputte Lichter wieder anbekommt. Der einzige Trick dabei ist eigentlich, halt wie gesagt, diesen Filter anzulegen und dann aber auch zu gucken, dass die Farbtemperatur einigermaßen zu den anderen Lichtern stimmt. Das war es für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben gehen. Ihr könnt auch unten in die Videokommentare posten, wenn ihr weitere Themen habt, die euch interessieren, die ich mal behandeln soll. Ich weiß, dass ich zum Beispiel auch Porträts noch mehr behandeln soll. Das wurde von vieler Seite gewünscht. Das wird auch in Zukunft noch passieren. Und auch Photoshop wird es weiter Videos geben. Ansonsten bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als viel Spaß beim Bearbeiten deiner Bilder. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Nur das Beste für dich, dein Stefan. Ciao.